Schönen Tag! Vielleicht meine ich natürlich, weil ich Jinx, Ash mit dem Team habe und die sollten als ADC ja wohl auflaufen, wollte ich sagen, ausreichen. So. Ah, da gibt es schon mal die erste Falle. Okay, Manarek habe ich durch den Kech, denke ich mal, genug. Ah, da habe ich eine Flüstet gesehen. Autsch! Das war ja schon ganz schön knappig jetzt. Ja, Manarek, das läuft wunderbar. Die Sperre haben eine tolle Reichweite, muss ich sagen. Aber das dürfte ja bekannt sein. Ja, der hat auch getroffen. Hört man auch am Geräusch. Ja, gut. Na, der hat wieder nicht ganz gereicht. Du kannst mich nicht einsperren, Beschwörer. Na ja, knapp, dein muss auch vorbei. Da haben wir den Twisted. Oh. Da hat sie auch einmal das Heilen geskillt. Und der trifft doch auch noch. Habe ich ganz knapp unten noch hinterm Turm gesehen. Also nicht, dass es nachher heißt, hier, nur Lack. So, und dann nochmal den Späge geskillt. Na, da kann man ja gar nichts verfehlen. Oh, geh ich mal schnell mal ein bisschen Mana holen. Und der trifft auch noch. Also diese Range ist echt gewaltig. Ich weiß nicht, ob es einen Helden mit einer höheren gibt. Vielleicht Caitlyn. Aber ich weiß es nicht. Oh. Jetzt will ich da aber wieder mitmachen. Ich weiß nicht, ob es einen Helden mitmachen ist. Ich weiß nicht. Du kannst mich nicht einsperren, du Schwörer. Oh, genau mittendurch. War jetzt natürlich nicht so klasse. Ah, dann wird der wieder getroffen. Der auch. Ist sogar ganz böse. Oh, Leute, ein bisschen zurück da. Ja, getroffen auch noch, aber hat wieder ein ganz bisschen gefehlt. Ich bin nicht einsperren, du Schwörer. Tio, jetzt könnte ich mal wieder ein wenig Mana gebrauchen. Und das nennst du zivilisiert. Naja, obwohl. Bis zum nächsten Angriff bin ich, glaube ich, wieder mindestens halb voll gereckt. So, und da gibt's schon Mana. Komm, sag ich's. Sind ja süß, die beiden. Der Große und der Kleine. Mann, komm, ich krieg's mal einen kleinen Spiel. Na, ich glaub, ich brauch mal einen Schluck Zielwasser hier. Oh, oh. Was will denn Agaran? weg darf er sein der trifft aber so 3500 gold jetzt könnte ich aber langsam auch mal sterben würde ich behaupten ja und noch ein ja Okay. Ja, aber jetzt ist der Damage schon nicht mehr ganz so doll. Nun gut, aber es wurde ja auch mal Zeit. Nee, da hole ich mir erstmal fluchtes Licht. Licht. So, weiter geht's. Mal sehen, ob ich genau da weitermachen kann, wo ich eben aufgehört hab. Jetzt sollte ja wohl einiges an Damage mehr rüberkommen. Ja, sieht so aus. Oh Gott. Na, war nicht ganz der, den ich treffen wollte, aber immerhin einer dauert. So, jetzt könnten wir uns doch aber mal den Tower hier holen. Oh, Jinx, komm. Na, da war ein großartiger Weg. Na, da wussten wir jetzt alle nicht, was wir wollen, glaub ich. Oh. Ah, gegenseitig. Egal. Wenigstens mitgenommen. So, jetzt den Kelch. Lass mich dir den Weg ausstecken. Lass mich dir den Weg ausstecken. Oh, ja. Boah, krasser Damage. Na gut, was weiß ich, wollte ich jetzt nicht mit dem Link umhauen. Wie wenn ich sie jetzt nicht mit dem Typen verzichten kann. Ja, das ist nicht mit dem Typen. Ich kann mich der Leiter, der Sie. Ja, wo der Leiter! Boah! Das ist nicht mit dem Typen zu regeln. Wo der Leiter. Das ist ja auch schon. Okay. Da. Das ist ja auch. Oh, ja. Das ist ja auch. Ich bin ja auch nicht ganz wichtig, aber es wäre so nah. Ah, das hätte doch mal ein schöner Luckshot sein können, ja? Und da haben wir sie. Das ist ein Schiff, aber das ist ein Schiff. Oh, der trifft sogar noch. Aber auch mitten durch. Ein Stück müsste er schon noch kommen. Wieder nicht gereicht. So. Oh, sie trauen sich aber nicht. Schon ganz gut. Können wir wenigstens den Tor deffen, bis der Rest unserer Leute wieder da ist. Wow. Wow. Okay. Wow. Wow. Okay. So, na kommt dran hier, traut euch mal ein bisschen was. Oh, jetzt habe ich heute noch schon einiges an Schaden kassiert. Und das nennst du zivilisiert? So, jetzt kommt ran hier, mir wird langweilig. Jawoll! So, jetzt kommt ran hier. So, jetzt kommt ran hier. So, jetzt kommt ran hier noch nicht mehr. Doch, tatsächlich down gekriegt. Da war so schön gedeckt. So, komm Reis. Ach, kriegt Ash auch immer noch mal ein bisschen Heilung. Fuck. Wow. Ja. Oh ne, back. Ah, das war mal ne schöne Ulti. Ah, knapp vorbei. Oh, ich fühl mich hier bald wie ein Heiler in WoW. Na gut, einer der extrem Damage macht, aber trotzdem ein bisschen wie ein Heiler. Ja. 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 Und das nennst du zivilisiert. So. Erstmal wieder alles mit Pfeilen zu pflastern hier. Oh. Eee, was hab ich mir dabei gedacht? Naja. Ich wollte ja sterben. Wisst ihr ja? Hm. Nein, natürlich nicht. War jetzt nicht die schlauste Aktion. Jetzt kann ich hier nicht so ordentlich einkaufen. Oh. Und ein Ass für die Gegner. Das ist jetzt natürlich gar nicht so schön. Okay. Oh. Na los. Ich will mitmachen hier. Ja. Yeah. Ja, wait. Wir werden die Zivilisierten ausweiden. So, jetzt wollen wir hier aber mal den Sieg holen. Mein, der Inhibitor steht jetzt wieder. Oha. Jawohl, da kamen die Ulti geflogen. Na, aber ich glaube, viel mehr konnte ich da gar nicht rausholen. Ja, und dann ist mein Equip gleich schon komplett. Und zwar jetzt. So, kommt Leute. Drei der Gegner tot. Kein Tower mehr da. Es wird doch jetzt wohl hoffentlich der Sieg. Oh, ich ahne Schreckliches. Nein, das wird wieder nichts. Ich werde dich führen. Ah, der Sieg zu der Hälfte bist du. Ich habe auch noch mal. Oh, ich bin der Ja. Oh, das lässt sich jetzt nicht mehr. Aber ich bin der ja, der ich nicht mehr. Das war's für heute. So kommt Leute, lasst uns die Sache wenden hier. Tja alleine kann ich jetzt so aber auch nicht viel machen. Das nennst du zivilisiert. Na, oah, knappig. Puh, so eine enge Kiste hatte ich aber schon lange nicht. Auch 51 zu 56 Kills. Das nennst du zivilisiert. Das nennst du zivilisiert. Das nennst du zivilisiert. Ja, und wenn es euch gefallen haben sollte, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. In diesem Sinne, bis bald. Euer Rahm. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.